und das meine ich wie viele wort habe ich gerade bekommt zwei 13.000 heilung gemacht ist das alles so selbstverständlich für die obwohl es eigentlich so viel ich weiß ich meine ich meine jetzt von von den anderen her so wie wichtig ist das den anderen so gar nicht und wenn ich sie einmal nicht heile dann roll rein sie rum wie so ein kleines baby wenn ich jetzt dann ich jetzt essen was hat das dann für den sinn gemacht dass wir in deine party reingehen ja ich hab ja gesagt ich hab dir gesagt dass ich dich eh zum gruppen und führer machen ja dann gib mir gruppen und führer bitteschön was macht das das Prozent die würde die Fischung schenkt er aber ich habe Schilder der Schilder durch es hat noch kommen sein jetzt hat er was ich machen damit das verstehst du zwar wenn ich jetzt schütz mal dahinten hier den hier er bewegt sich da offensielle ist so wie spät die schüsse erst ankommen ich muss immer die Spitze ich muss dann so schießen du musst es um auch recht so noch vor ein gängern ja und deswegen mache ich immer so schlüsselusio vier schuss doch immer da kommt ein schuss geschossen oder nicht ich möchte dir die super jams bei bringen du wolltest ja unbedingt wissen wie das geht wie denkst du funktioniert der hey don't die gegner he don't an einfach roofchumper what the fuck it must be made in disguise hey guys hey 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 hey